Die Videoanalyse IPS Outdoor Detection alarmiert Sie, wenn Personen oder Fahrzeuge in gesicherte Außenbereiche eindringen. Für eine bestmögliche Überwachung lassen sich Zonen konfigurieren. Betritt eine Person die gelbe Alarmzone ohne Zonenübertritt von innen, erkennt das System diese Person als Freund und löst keinen Alarm aus. So wird sichergestellt, dass Personen, die sich auf dem Gelände bewegen dürfen, keinen Alarm auslösen. Das Sicherheitspersonal wird entlastet, indem es bei einer Aktivität das jeweilige Livebild zuverlässig und automatisiert vom System angezeigt bekommt. Nähert sich ein Eindringling, löst er bei Übertritt von der grünen Erfassungszone in die gelbe Alarmzone einen Alarm aus. Das Sicherheitspersonal kann unmittelbar die Interventionsmaßnahmen einleiten.